Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu einem CD-Bus-Manager in der Osnante-Deal. Ja, kurze Informationen für euch, ich bin mega leid auf der Produktion, also ich glaube, es war tatsächlich ein Vorprozess wie diesmal. Zu diesem Zeit, Moment, wo ich es gerade Video aufnehme, es ist der 7. Juli 23.10 Uhr. Ähm, genau. Ich weiß nicht, was ich sage. Ähm, jetzt kann ich jetzt nicht mehr Stress machen. Oh, ja, es tut das. Ja, es tut das, okay. Oh, ja. Ich habe jetzt schon mal abgezischt. So, wie sieht es hier aus? Es ist einfach richtig Spaß, wenn es hier alles so sieht, wie es alles rumwuselt. Und ja. Und ja. Und dann war ja richtig Spaß. Äh, ist ja alles besser. Alles genau. Ja. Oh, Mann. ob sich die menschen abziehen oder sagen dass ich auch als abzirchen Oh, jetzt bitte auch noch mal holen. Ich sehe eigentlich aus Schichtplan. Wow, genau. So, das ist mir wieder gut. I don't know. So. So, 26.000 hätte man. Der Ort war ein paar gekauft. Das war gut für uns. So, das war zufrieden. Ich bin wieder, dass ich ihn war. So, ich bin wieder bei uns. So, ich bin wieder bei uns. So, ähm. Ich bin wieder bei den Späßensort. voll entspannt mit dem schichtblauen ich glaube es für die mitarbeiter auch es ja gut es hat schon extrem lange schicht Ja, ich glaube ganz einfach, dass wir einfach die Touren nicht so lange machen dürfen. So, wie sieht es jetzt hier aus, dass ich nur ein Zeug brauchen, wo man reparieren müsste? Das ist alles knapp getaktet, aber gut. So, wie sieht es jetzt aus? Untertitelung des ZDF, 2020 die Stauern Prozent und und zweitner platzieren da 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 weil du willst du ihn gut äh so ja so es kostet halt meiner verspieler ist echt so ein bisschen ich komme alle nachher noch an, ist jetzt hier aus so ein Traum so ein Traum da auch noch eine an so noch 10 Karpers überbrauchen äh 10 Wochen Karpers den Staubengloh ich frage ob man mal ich schaue beim Glühschrank ob man Alva Krischern rrrr Glühschrank wo geht er denn? so so kann ich jetzt schon nur zu der Tempo so ähm 13 mal Glühschrank genau so 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 genau äh zersprung zack gut hab ich sie alle abschwärmt schwärmt aus so 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 ja so it ne sch states today om super h g protesters saw w für die in forschen für die mobile app Okay, let's just fast chain. So, oh, let's go. so ich tippe das erreicht haben soll es auch von der nächste aufgabe hier halt ähm, was er dann starten hat. Eigentlich, was man auch mal finden wäre... äh... Ah, da genau, die Fahrgäste. Lass es mal aussortieren, weil... Da sind Situ. Haben wir nur einen davon. Äh... Zu verkaufen. Um dafür den normalen zu brauchen, der... die für 50 Gäste... fortbewegen kann. Oder... Äh... Und... der L5... Zwei, drei tausend. Weiß halt... Du weißt ja nicht auch schon. Ah gut, da kann man alles ganz sehen können. So... Schau mal nicht mehr. Da schauen wir mal noch. Dann schauen wir auch noch. So... Ähm... Wollen wir schon bei 10? Das sieht noch alles noch im Rahmen aus. Nur vier Stück bitte? Na... Na... Wir sind jetzt hier wohl... Wir sind jetzt hier wohl... Wir sind jetzt hier wohl auch noch mehr... Oh... Bist du mir noch. So... So... Dann haben wir noch ein bisschen... Schichtblau... Kopieren... Hallo... So... So... Alter... Aber es klappt so halb wie jetzt? Das kann ja nicht wahr sein! Hä? Ich würde sagen... So... Äh... Das ist auch toll wie die Prüsen wir sind... Da ist er nun... Jetzt komm... Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Ich... Ich... Jetzt hat er sich verkauft... Und ich werde es abgegeben! Alter! Mann! Wenn ich auf den Arm nehme. Jetzt komm und rein. Wie? Zwei. Komm, bitte. Ihr zwei, macht das. Na. Da. Ja. Was ist das für komische? Warum läuft denn eine Baukarte mit einem Tag ab? Ja. 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 Boah. Hast du eine Geburt? Ja. Ja. Das war so klar. Ja. Ja. So. Wir können nicht mehr was vorsehen. Jetzt sag ich drauf, was wir es noch vorsehen können. Ja. 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 So ist denn die andere Knutschkugel schon da? so dann müssen wir hier Straße Mittel Wieso? Wie siehts jetzt aus? Warte 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 jetzt sind wir auch stressig gut ich würde sagen das war's mein Video, wenn ich die Folge fand, dann schreibe ich mir was nebenbei, bis dann auch noch mal wieder, tschau!